Eine Frage. Kannst du dich so tief bücken? Wenn du diese Frage mit Nein beantworten musst, das ist kein gutes Zeichen. Warum? Das erkläre ich dir jetzt und zeige dir Übungen, mit denen du gute Chancen hast, es bald zu schaffen. Dieses Bücken, um etwas vom Boden aufzuheben, das hat was mit einer allgemeinen Beweglichkeit zu tun. Es geht aber auch um Verletzungsprävention. Es geht bis hin zu sportlicher Leistungsfähigkeit, die, wenn Muskeln und Faszien verkürzt sind und die Beweglichkeit eingeschränkt ist, alles nicht so gut sein kann. Also es ist immer gut, die Beweglichkeit so hoch wie möglich zu erhalten, gerade wenn man älter wird und da gehen ja viele mehr Beweglichkeit runter. Wir wollen aber eher beweglicher werden, wenn wir älter werden. Was mich interessieren würde, schreib doch mal in den Kommentaren, wie du dich bücken kannst, wie du das vom Boden aufheben kannst, wie du dir die Schuhe binden kannst und wenn du die Übungen gemacht hast, wie sich das besser entwickelt, schreib es mal rein. Es sind drei Übungsdurchgänge, die besonders wichtig sind. Da geht es vor allen Dingen hinten um die hintere Beinlinie, so sagen wir. Schau, setz dich hin, streck dein Bein vollständig durch und für dich als eigenen Test, du solltest das eigentlich schaffen. Das sollte so ein Ziel sein. Auch wenn du erst hier bist, wenn du es täglich machst, dann hast du gute Chancen, dass es irgendwann zum Kontakt mit dem Zeh kommt. Egal wo du bist, halt dich einfach am anderen Bein fest und zieh deinen Rumpf am anderen Bein immer weiter nach vorne. Und dann merkst du die Dehnung hinten in der Kniekehle, deswegen mögen viele Menschen diese Übung nicht. Aber geh nur so weit rein, dass du es gerade noch gut aushalten kannst, dass es positiv sich anfühlt und dann hast du auch keine Abwehr gegen diese Übung. Und dann arbeiten wir uns erst mal rein. Bleib drin, mach gleich mit, habe ich vergessen zu sagen. Nutze die Zeit und mach gleich mit und arbeite dich immer weiter nach vorne, indem der Rumpf nach vorne geht. Versuche weniger den oberen Rücken zu beugen, als vielmehr den Bauchnabel nach vorne zu nehmen, weil wenn du den Bauchnabel nach vorne nimmst, dann hast du direkt mehr Zug hinten und die Dehnung erhöht sich. So und jetzt halten wir uns mal am Bein fest, egal wo wir sind und dann ziehst du mit dem Rumpf, als wollte er zurückgehen. Aber du hältst dich ja fest, deswegen geht er nicht zurück. Das ist das Krafttraining, was wir jetzt machen. Dann lässt du wieder locker und wir gehen ein bisschen weiter nach vorne. Und atmen uns wieder rein, nutzt das Ausatmen und geh vor allen Dingen, wenn es in der Kniekehle zieht, wenn es bei dir in der Kniekehle so echt unangenehm zieht, dann mach ein bisschen weniger, dass es gerade noch positiv ist. Und dann ziehen wir noch mal, noch mal ziehen und dann noch mal weiter rein. Fühl dich rein. Wo ist die Dehnung? Wie fühlt sich das an? Behalte immer die volle Kontrolle. Auch über deine gute Laune. Das ist so wichtig, bei den Übungen gute Laune zu sagen. Es muss Spaß machen. Und dann ziehst du noch mal, lässt wieder locker und gehst noch ein bisschen weiter rein. Und dann wechseln wir die Seite. Wir machen ja immer so zwei Minuten. Und fangen wieder an. Das Knie vollstrecken. Sollte deine Ferse sehr hoch heben beim gestreckten Knie, dann leg ein entsprechend dickes Buch unter oder nimm unseren Knieretter und schieb den Keil ein bisschen runter, bis du Kontakt hast. Schön weiter nach vorne ziehen. Und mit den Händen greifen. Schön reinatmen. Und nimm dir die Zeit. Versuch nicht mit der Übung schneller fertig zu werden, weil der Körper braucht die Zeit. Also egal, wie du dehnst, bei welcher Übung eine gewisse Zeit ist nötig. Und wir wissen ja, diese zwei Minuten, die sind ziemlich effizient. Ein paar Sekunden bringt auch ein bisschen was, aber längst, längst, längst nicht so viel wie zwei Minuten. Immer weiter nach vorne. Und jetzt ziehen wir auch hier. Wir halten uns jetzt am linken Bein fest. Und du willst mit dem Rücken zurück, hältst dich aber fest. Und wir lassen wieder los. Und du gehst ein bisschen weiter nach vorne. Und dann merkst du gleich wieder mehr Dehnung hinten. Unterer Rücken, Kniekehle. Das sind so die Brennpunkte wahrscheinlich, wo du es spürst. Und nochmal. Wir ziehen nochmal dagegen. Der Rumpf will nach hinten. Wir halten aber fest. Und lassen wieder locker und gehen noch ein bisschen weiter rein. Immer wieder atmen. Den Körper kommen lassen, kann man sagen. Ja. Also einfach warten, bis die Gewebe entsprechend nachgegeben haben. Und dann nochmal. Der Rumpf will zurück. Wir halten fest. Halte die Kraft einen Moment. Dann lass locker und noch mal ein Stückchen weiter vorgehen. Und mach mal den Test, ob du jetzt an deinen Fußzehen schon bist. Aber bin jetzt ein bisschen ein Stückchen näher gekommen. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt stell dich nochmal hin und versuch mal. Wie kannst du dich jetzt bücken? Hat sich da schon was geändert? Du musst ja beim Bücken nicht unbedingt, wie wir es eben geübt haben, mit gestreckten Beinen dich bücken. Du kannst ja auch ein bisschen in die Beuge gehen. Ja. Aber wenn du gestreckt runterkommst, kommst du dir gebeugt erst recht und viel besser runter. Und vor allem, wenn du gemerkt hast, oh, das ist schon ein bisschen besser gegangen, dann teile doch mal dieses Video mit anderen Menschen, von denen du weißt, dass sie auch diese Probleme haben. Gerade ältere Semester. Vielleicht die Eltern, die Onkel, die Tanten, was auch immer. Weil durch so einfache Übung kann das immer besser werden. Die zweite Übung, die wir machen, ist nochmal spezieller für den unteren Rücken. Schau, setz dich so hin, nimm die Füße aneinander, lass die Knie ein bisschen nach außen fallen und zieh dich mal nach vorne. Versuch mal, wie weit du kommst. Wenn du bis hier kommst, dann sei nicht geschockt. Das ist alles nicht schlimm. Man muss dann nur was tun, damit es eben besser wird. Oder Frau muss was tun, damit es besser wird. Ja. Wenn du bis vorne hinkommst, kannst du von dort ziehen. Ansonsten hältst du dich an dem Punkt, wo du hingelangst, am Bein fest. Und Achtung, jetzt ziehen wir uns nach vorne und dann merkst du die Spannung, die Dehnung im unteren Rücken. Und genieß das mal. Stell dir so ein, dass es sich gerade noch gut anfühlt. Ja, ein bisschen rum noch, das ist ein bisschen mehr von vorne. Dass es sich gerade noch gut anfühlt. Und immer ein Stückchen weiter. Und dann fangen wir auch hier an und ziehen mal gegen. Der Rumpf will nach hinten, du hältst ihn aber fest. Halte ein bisschen die Kraft, lass wieder locker Kraft raus und zieh dich etwas weiter nach vorne. Und jetzt warten erst wieder einen Moment, bis alles schön nachgeben kann. Immer dem Körper Zeit geben. Und dann noch mal. Der Rumpf will nach hinten. Du hältst fest und dann lass locker und geh mehr nach vorne. Und versuch ganz bewusst in deinem unteren Rücken loszulassen. Und dann ziehst du noch mal. Zieh noch mal. Den Rumpf nach hinten. Du hältst ihn aber fest, weil die Arme ja, die Hände greifen ja am Bein oder an den Füßen. Dann Kraft raus, locker lassen und noch mal weiter nach vorne. So weit wie das irgendwie geht. Und dann lass mal los und zieh noch mal ohne. Also nur mit Körperkraft. Zieh dich noch mal kurz nach vorne. Und dann kommst du langsam wieder raus. Stell dich noch mal hin und bück dich noch mal und fühl mal rein. Merkst du was? Übrigens, wenn du mehr für den Rücken machen möchtest, was wir eben auch schon gemacht haben, dann klicke mal hier für wunderbare Rückenübungen. Und jetzt zeige ich dir noch eine spezielle Übung mit unserem Knie-Retter. Da wirst du gleich merken, dass da sehr viel Dehnung passiert. Du gehst auf den Knie-Retter oder legst ein paar Bücher vorne unten, drunter, unter den Vorfuß. Und dann gehst du erst mal mit gestrecktem Bein nach vorne, bis es in der Wade ordentlich zieht. Und dann kommst du mit dem Rücken immer weiter runter, mit dem Rumpf immer weiter runter, beugst im Rücken bzw. in der Hüfte. Und dann merkst du, da wird eine richtig krasse Dehnung ausgelöst. Und wenn du da rauskommst, dann fühl mal in dein Knie rein, lauf mal ein paar Schritte und bück noch mal. Dann wirst du merken, was da passiert. Infos zum Knie-Retter findest du übrigens hier. So wie wir eben daran gearbeitet haben, die Beweglichkeit beim Bücken und Aufheben zu steigern, so gibt es das für den ganzen Körper, für alle möglichen Lebenssituationen. Immer dann, wenn die Muskeln eine maximale Beweglichkeit erzeugen und zulassen, dann geht es dir einfach im Alltag besser. Und was deinen Rücken angeht, wenn du hier oben klickst, kriegst du noch Übungen für den unteren Rücken. Und hier unten kannst du abonnieren. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu es bitte jetzt sofort, damit wir uns gleich und bald wiedersehen.